Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde und ich muss euch leider, leider, leider sagen, es tut mir mega, 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 mega leid, aber ich hab, wo ich den Livestream für den Samstag angekündigt, ich hab einfach nicht nachgedacht, es tut mir wirklich extrem leid für die Leute, die sich jetzt darauf schon eingestellt haben, aber ich muss arbeiten am Samstagabend, ich hab Spätschicht und bin bis um halb, ähm, bin bis um halb zehn im Laden, das heißt, äh, vor zehn Uhr bin ich nicht zu Hause. Also ich kann auf jeden Fall am Samstagabend Livestream, wenn ihr Lust habt, aber ich könnte nicht vor zehn Uhr anfangen. Jetzt ist die Frage, es tut mir, wie gesagt, mega leid, dass ich das, ähm, jetzt so gesagt hab, deswegen hau ich das Video jetzt auch noch so schnell wie möglich raus, ähm, stimmt doch bitte nochmal schnell ab, oben in der Infocard, soll ich am Samstag um, ähm, zehn Uhr einfach Livestream, ist natürlich schade für die Leute, die einfach ein bisschen früher ins Bett gehen wollen, oder soll ich den Livestream doch nochmal auf den Sonntag verschieben und einfach früher anfangen, zum Beispiel um 19 oder 18 Uhr. Also, tut mir leid, Leute, es tut mir wirklich, wirklich mega, mega leid, aber ich bin nicht perfekt, ich hab nicht dran gedacht, ich war so im Hype gewesen Livestream, ja, ich freu mich so mit euch zusammen wieder zu zocken, dass ich einfach nicht dran gedacht hab, dass ich da arbeiten muss, also bis um halb zehn. Ähm, bitte stimmt das nochmal kurz ab und nochmal, es tut mir leid und, ähm, wird nicht mehr vorkommen, wird wirklich nicht mehr vorkommen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wirklich schönen Abend, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao! Bis zum nächsten Mal!